Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Ich baue einen Stein ab und mit mir bauen auch noch ab Steine der Six Servus Und der Lukas Hallo Und der Yankee Hi Und wir spielen wieder Rust und Rust hat unser Herz im Sturm erobert, euer ist auch Spannchen Selber Hat unser Herz im Sturm erobert, eures auch, dann schreibt es mal in die Kommentare Ja und dann sage ich mal bis zum, ach ne, wir sind ein bisschen schnell jetzt ne Wo seid ihr jetzt? Wir sind auf der Straße Wir kommen jetzt auch wieder die Straße Seid ihr schon den Berg hochgegangen über die Straße? Oder seid ihr in die andere Richtung gelaufen? Keine Ahnung Wir sind in die andere Richtung gelaufen Wir sind da wo die Häuser sind Ja Ach Hühnchen Das ist aber lustig, dass überhaupt aus den Hühnchen, aus allen Tieren irgendwie Chickenbrüste rauskommen Da rennen sie Da Sands Da Sands Da haben wir die Da hinten bewegt sich was Hier, hallo Da kommen keine Chickenbrästs raus Tja, die Feine sind schon total verschwendet, ne? Da kannst du gleich neue bauen Das ist nicht verschwendet So Ja, äh Wirklich mal seitlich, Lukas Da haben wir wieder ein Tier Was ist das? Ein schwarzer Wo bist du denn jetzt hingedammt? Ich werde wieder alleine gelassen hier von meinen sogenannten Kollegen Du hast uns alleine gelassen Ja, er macht Singleplay Ja, genau Wir können ja, wir könnten ja selber aufnehmen Wir haben ja alle unsere Tudel Aber warum selber aufnehmen? Ähm, äh, Slay the King Event, Lukas, was ist da los? Ist das was oder nicht, oder was? Bis jetzt ist es nicht, also es sollte ja erste letzte Woche sein Und dann ist es ausgefallen, weil das gegnerische Team zu wenig Leute hatte Ja, das ist ja auch kein Problem Und wenn wir antreten, dann, äh, gibt's halt keine Gegner mehr Ja, genau Vor allem ich Und dann, äh Ja, du hast dich ja auch durchgesetzt Also du hast ja verbal sowas von losgelegt beim letzten Mal Also sowas von Ich glaub, du hast in den ganzen drei Folgen zwei Sätze gesagt Ja Wo latscht der gerade hin? Das wissen wir noch nicht Aber wir kommen bestimmt irgendwo an Aber hier kommen wir nicht hoch Doch, das geht nicht Was willst denn du da? Keine Ahnung Luki Ja, jetzt bist du in die kaputten Texturen gelaufen, sehr gut Wenn du zuach hin und her zitest, dann, ähm Ja, dann wird man gekickt Dann wird man gekickt Lauf mal, außenrum Ja, irgendwer sitzt da hochgegangen Ja, ich Ja, wo wollt ihr denn hin, überhaupt? Ja, zum Haus Ich wollt abkürzen Keiner Hause Ja, aber ist das nicht das falsche Zuhause? Nö, in der Richtung ist es Wir müssen bloß über den Berg hier Happy Dance Tü, 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 tü Was ist ein Unity-Spiel, oder? Geh ich mal stark von aus Was ist ein Unity-Spiel? Ach, Lukas Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten Lass dir das mal von unserem Chef Ich wette Ich wette von den Zuschauern wissen auch einige nicht, dass es Unity spielt Schreibt mir Lukas in die Kommentare, was Unity ist So Ähm Was wollt ihr denn jetzt sagen? Wir erklären, was ein Unity-Spiel ist Nö Das erklären dir jetzt den Zuschauern in den Kommentaren Du hast ja unsere Zuschauer beleidigt und überhaupt nicht sein doof Nein Jetzt denk doch mal nach Das ist ja Englisch Unity, ne? Unit Das kommt von Einheit Und dann halb noch Unity Das heißt, das ist einheitlich, ja? Also das ist ein einheitliches Spiel Das bedeutet, alle Spieler dieses Spiels haben den gleichen Client So Ich bin vom Berg gefallen Und ob das stimmt Vom Berge fallen? Na du Ferkel, du Vom Berg Ob das stimmt Ob das wirklich stimmt, seht ihr in den Kommentaren Äh Bis dahin Ciao, Leute Ja Was? Also der Lukas, der wollte sowieso Noch einen Schwanken aus seiner Jugend erzählen Und singen wollte er auch noch irgendwann Ne Du singst doch die ganze Zeit Ja, das ist ja davon unbenommen So, äh Ja, wir haben so viele Ressourcen gesammelt Dass wir eigentlich ein bisschen unser Haus weiterbauen können Das ist richtig Weil unsere Zuschauer wollen ja immer Abwechslung haben Und deswegen schalten sie auch schon extra den besten Kanal auf YouTube ein Äh, ich dachte, jetzt kommt von Lukas wieder sowas wie Achso, hier Pete Smith oder was? Ne Ne Also ich hab's mittlerweile auf diesem Berg nach oben geschafft Äh Ja, Lukas und ich sind schon da Aber ist egal Unser Kanal ist zweifellos Zweifelslos der beste Kanal Unser Kanal ist der beste Kanal Deswegen freuen wir uns, wenn ihr ihn einschaltet Ich hoffe, ihr werdet Was, was heißt das? Ach, ich hoffe, ihr werdet uns ein Abo dalassen Ja, unsere Super-Starboard-Folge kommt ja noch, ne? Unser Dominik K. Spezial-Starboard-Folge Er hat sie sich schon angeguckt Er ist ja unterwegs im Moment Äh, äh, ich hab ihm mal den Link gegeben Er ist schon sehr begeistert Er freut sich schon Wieso ist denn hier kein Kann man den Brennstoff hier unten Ich brauch 80 Metal-Fragments 80 80 Ich tu mal hier die Für einen Revolver Ich hab mal welche in die Kiste getan Mehr hab ich aber nicht Ich bin ja nicht so Ihr könnt meinen ganzen Loot haben Ist kein Problem Solange ich nicht verhungere Ist das alles in Ordnung Ich bin ja nicht so So lootgeil wie Lukas Der ist ja auch noch ein bisschen jünger Das lernt man ja noch Der steht ja auch was Äh Ich Du stehtst ja auch was spenden Aber du hast nichts mehr, ne? Ja Alles schon aufgefressen So, ich mach mal ein bisschen weiter Hier für unser Haus Ich würde sagen Wir müssen noch ein bisschen mehr Grund Ähm Ich baue mal eine Funanze Eine Funanze Funanze Wir müssen noch ein bisschen mehr Grundfläche haben hier Das heißt, ich werde jetzt mal zeigen Wie das funktioniert Und zwar braucht ihr dazu Wieder mal Unser Crafting-Menü Dann brauchen wir natürlich wieder Holzdinger Äh, die sind hier Lanken Und davon bauen wir jetzt mal So ein paar Ich stehe schwer Hier am Crafting-Table Äh So Da geht's tatsächlich schneller Habt ihr gesehen So, und jetzt kann ich nämlich hier Ähm Bei hier unten Parts Wood Foundation Hauen wir mal eine Da muss der Lukas gleich sagen Ob das in Ordnung ist Wo ich die jetzt hinbauen will Ob man das so machen kann Ich würde das Haus gerne Dreimal drei bauen Was du willst Und was du kriegst Dann zwei Leuchten Gell, Lukas Kinder, die was wollen Die kriegen was auf die Bollen So, also Ein dreimal drei Das heißt, hier kommt jetzt ein Fundament hin Ihr seht also, wo ihr hinbauen könnt Da wird es grün Und wo ihr nicht hinbauen könnt Ist es rot Und hier können wir also ein Fundament hinbauen Und zack Da haben wir schon Wunderbar Ich baue einfach jetzt nochmal eins Was so schön ist Äh Da Da ist das Crafting Table Und dann Ähm Hier Wie viel können wir insgesamt bauen Äh Was war das? Sechs Acht Passt Da hab ich noch ein bisschen Holz übrig Und dann können wir hier nochmal Eine Foundation Das geht aber echt schneller Sehr gut So, ich bin auch da Ist das nicht fantastisch? Juhu Hey Soll ich auch was mitbauen? Ich hab immerhin noch 300 Holz im Inventar Ja, wir brauchen da nur Wände und Trägerbalken, ne? Das Beste wäre auch nicht, dass dann Nicht, dass dann jeder irgendwie Pillow baut Äh Ja eben Sag mal einer, was ich bauen soll Äh, ich hab unser Feuer eingezündet Ich hab unser Haus angezündet Kannst du auch einfach in die Kiste legen Gebt mir mal euer, 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 ähm Eisenohr Ich hab alles schon in die Kiste reingetan Okay Achso, Metalohr, das kann ich Metalohr Also nochmal zur Erklärung Ihr seht hier, haben wir jetzt einen Ofen gebaut Das hab ich euch eben schon mal gezeigt Wenn ihr da Holz rein tut Und Äh, Sulfur, also Schwefel Oder Sulfur 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 Und, äh, Metalohr Dann kommt aber raus Äh, Metalfragments Also ich hab da jetzt auch mal Zeug in die Kiste gepackt Ihr macht das schon Ja Wir machen das schon Und Dann könnt ihr auch Schweinefett dazu tun Und dann stinkt es So Äh, übrigens wurde ich darauf hingewiesen Dass im Moment ja Eines der geilsten Spiele unseres Kanals Nicht Factorio heißt Sondern Factorio Das ist natürlich mir ja vollkommener Schwachsinn Okay Was ist das denn hier Äh, so, ich wollte noch eine Basis bauen Haben wir noch irgendwo Holz in den Kisten? Nee Alles weg Doch Da war doch gerade noch eins drin Ja, ich hab Ja, wer war wohl da dran Ich hab wieder eins rein Wer will, dass ich den Zuschauern nichts zeigen kann Ich hab eins rein Wer macht die ganzen Aufnahmen Wer macht die ganzen Aufnahmen kaputt Der Garda So Lukas, ich habe nie vergessen Guck mal Garda, da ist noch mehr Muss ich dir mal erzählen hier, Janky Pass auf Da, ich hab ich ihm ja ermöglicht Ne, in meinem Kanal So Aufnahmen und so Ja, hab ich mitbekommen Ja, und dann hat er ja hier sein Sein, äh, sein, äh Sein Feed the Beast Projekt angefangen Und dann irgendwie so nach der siebten oder achten Folge Als dann so ein paar hundert Zuschauer kamen Und der Erfolg ihm zu Kopf stieg Da ging es dann sofort los mit Naja, wir mögen den ja nicht, den Garda Wir übernehmen den Kanal und so Das hab ich nicht vergessen Ist ja nicht so Ich hab einen Revolver Ich schaue ja auch alle Folgen Ja, das kommt davon, wenn man sich die falschen Freunde sucht Guck mal Garda, ich hab dir da noch ein paar Planken hingelegt Sehr gut Äh, ja Wo? Auf den Boden Hier, vor der Kiste Ja, ja So Total offen Dann können wir jetzt noch ein bisschen Flament bauen hier Aber ich fürchte mal, das wird nicht passen Also, ich glaube, der Boden hier vorne wird zu hoch, Lukas Werden das, werden das Feuer gebaut? Ne, es fehlen nicht eins, es fehlen zwei, oder? Das musst du allen nur wegmachen, das ist voll Warum brennt das überhaupt? Werden das Feuer gemacht? Was für ein Feuer? Ja, ist mein Fleisch, ist da drin Ja, das ist fertig Ich hab da 14 Fleisch reingetan Natürlich müsst ihr dann Feuer Slash Remove eingeben, sonst geht nix Genau, wenn ihr was entfernen wollt Und dann könnt ihr mit der Spitzhacke drauf fahren, geht's weg Achso, ich kann's nicht wegmachen Also mit allem, was ihr schlagen könnt So Ich kann richtige Äxte bauen Kann man mit dem Ofen hier auch Fleisch braten? Nein Nur mit dem Feuer Ist das Feuer jetzt? Das Feuer ist da noch drunter Ja, ich kann den Boden nicht wegmachen hier Egal Ja, dann macht das mal einer Lukas, du kannst den Boden nicht entfernen Achso Kann er nicht entfernen Lukas kann Das Feuer habe ich gebaut, glaube ich Ja, du musst dich ducken Ne, das geht schon so, aber Ne, ich hab's nicht gebaut Doch, hast du Slash Remove eingegeben? Ja, Lukas Aber ist das jetzt so sehr mit dir? Ich wollte nur sicher gehen Ich weiß noch, wann das activated ist Sekunde, ich guck nochmal Ne, es war aktiv Dann ist es doch nicht von mir Mein Feuer ist weiter oben Oder weiter hinten Wo habe ich denn das Feuer gemacht? Ich habe doch auch ein Feuer gemacht hier oben irgendwo Oder war es weiter unten? Hier habe ich doch auch ein Feuer gemacht hier Höh Egal Ja, und wunderschöner Sonnenuntergang hier Und Man sieht hier schon So, jetzt zeige ich dir Ich möchte den Zuschauern das mit dem Dach mal eben zeigen Äh, wo willst du die Treppe hochmachen? Hier Gibt's jetzt ein neues Feuer? Hier Hier, wo ich stehe Also kann ich hier noch ein Dach reinmachen? Gut Äh, dazu wollte ich wieder planken können Ja, es müsste nur jemand ein Feuer craften Ich hab, äh Wo hab ich denn Da, wo du plankst Ähm, wollt ihr eine richtige Axt haben? Drei kann ich bauen Gerne Ach, immer her damit Ach, die anderen sind eh immer schneller beim Looten Ich brauche keine Weil die Stone können wir dann wegwerfen So, dann haben wir jetzt hier eine Decke Craft Sealing Und ich wie einige sagen Also zwei Stück hab ich Zeiling Ich tu ich mal in die Kiste Ach, übrigens, ich wollte noch Werbung machen Für ein neues Projekt Was auch noch im Kanal läuft Nämlich Banished Das ist ein richtig cooles Spiel Im Stile von Anno Und sonst was Da werden der Six und der Lukas Und der Yankee gerade sagen Hä, das läuft ja gar nicht Ja, wenn diese Folge rauskommt Läuft schon So, und hier könnt ihr jetzt eine Decke bauen Also, ne So hier, ne Also das ist alles relativ Schick So, fertig Also es ist ein Spiel Da baut man so eine kleine Siedlung auf Da muss man die Leute mit Lebensmitteln versorgen Und Häuser bauen Und so Ist, glaub ich, auch noch Alpha Ist ja so ein bisschen ein Trend In unserem Kanal, ne Und, äh Aber ein schönes Spiel Seht ihr das? Was denn Das rote Licht Nee Das ist noch Noch ein wegen Bug Das siehst bloß du Jetzt Jetzt sieht man es Wenn du es wirfst Dieses Blooddrawer-Kit Sieht aber auch aus Wie ein Spielzeugflieger, oder? Ja, dachte ich mir auch Ich wusste nicht Hä, ist das jetzt? Was ist das? Also habt ihr euch so eine Axt geholt? Jo, hab ich Ich nicht Die Steinachs werfe ich einfach In das Haus Bis sie diese Äh, ja Bis sie heute weg ist So Mein Essen hast du mir in die Kiste gekriegt Hast du gesagt? Gut Danke Bitte Und gibt's jetzt hier noch irgendwie Neues Feuer Oder soll ich da eins machen Oder so Nicht, dass wir nachher drei haben Na, wir haben ja eins Wir haben ja eins auch in der Hütte jetzt Mit dem Ofen Aber das ist natürlich nicht so cozy Äh Und da kann man auch kein Essen zubereiten Achso, ich muss mir auch noch einen Sack bauen Ähm Hast du jetzt eine Axt? Ne, oder? Ich hab mir eine Axt genommen Weil, äh Ja Wer braucht denn noch eine? Ich Pick Pickaxe kann ich auch machen Dazu hab ich heute zu wenig Wut Wut Da müssen wir halt morgen nochmal Holz sammeln Denn diese Folge neigt sich Wie auch der Tag hier in diesem Spiel Dem Ende zu Mit diesem wunderschönen Blick Würde ich sagen Wir sagen gute Nacht Euch allen da draußen Wo auch immer ihr sein mögt Tschüss Ja, gute Nacht Ciao Gute Nacht Was war das denn? Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht